Nicht mal ne Nachricht lassen sie hier ein zu Ende schreiben, ne, da müssen sie, ich steh einfach nur im Haus rum, weißt du, oder? Boah, überall diese Fallen, ey. Ohne Spaß, wenn du da eine Sekunde nicht achtsam bist. Immer wachsam! Okay, das musst du jetzt raus. Ja, na, hallo! Ja! Fuckin' kidding me. Fick-Fickerei. Fick-Fick-Fickerei. Ah, jetzt könnte ich auf der Map gucken, wann ich aufhören muss zu jumpen. Das ist voll praktisch. Oh, willst du mich farschen? Willst du mich fack-kack-eiern? Jetzt hat es aber zwölf geschlagen, du. Ohne Spaß, ma. Alter, so ne Scheiße, ich war genauso weit wie du. Ja, nicht ganz, aber ich war schon echt mega weit. Dann fall ich da irgendwie drei Blöcke runter. Nein! Ja, genau das hab ich gerade gedacht. Was hast du eigentlich für den Scheiß-Helm auf? Wieso seh ich eigentlich so scheiße aus? Ich hab ne Holzrüstung. Jetzt zieht sich bitte ne Holzrüstung an. Ich! Weil ich mir nix anderes leisten kann. Wann töten wir eigentlich mal das Eye of Tutultu? Wenn wir's gönnen. Alter, wir sind voll die Naps gerade. Okay. Ja. Haha. Okay. Nice. So, was kannst du denn hier machen? Jetzt, ich bin ein bisschen gechillter. Ich hab richtig Angst, in der Nacht rauszugehen. Aber ohne Spaß. Boah, ey, das ist einfach so buggy. Leggy und buggy und faggy zu... Boah, ey. Ja. Ja, komm, ich geb's auf. Ich fang gar nicht an, ich an zu kämpfen. Wozu auch? Ich trainier jetzt. Lead all. Boah, scheiße, da hab ich Glück gehabt. Boah, scheiße, da hab ich Glück gehabt. Boah, ey, das macht keinen Spaß. Wenn das hier so alles... Weißt du, du kannst ja noch nicht mal irgendwas schaffen. Das ist wie, wenn wir uns in Minecraft so richtig in die Fresse hauen und du mega Legs hast. Ja. Du kannst einfach nicht spielen. Ja, da ist endlich mal ne ehrliche Antwort hier. Ähm... Ja und? Ist auch egal. Wie ziehen das jetzt? Können wir mal ne Edelhook. Warum hast du ne... Wie... Wie hast du ne Edelhook? Mit Skill. Wo... Wo kannst du diese Crafting-Rezepte... Wo hast du die? Äh... Da aus meinem Anus gezogen. Ich hab... Du musst den Guide anlabern, Alter. Den musst du antalken. Dann droppst du da jedes einzelne Scheiß... Faggot-Item rein. Und guckst, was du daraus machen kannst. Oh, ohne Spaß. Gott sei Dank ist die Pressure-Blade da weg, ey. Guck mal, hier bin ich eben gestorben, ja? Von da oben nach hier hab ich Fallschaden bekommen und bin daran gestorben. Oh, ohne Spaß. Ich am liebsten hätte ich da Gift und Galle gespuckt, du. Hier bin ich gestorben. Oh, wir sind in der Hölle. Mhm. Was ist das da hinten? Ich wär ein schlechter Explorer, wenn ich da nicht hingehe. Ja, okay, ist das nichts. Totally fucking worth it. Ich wollte doch nur in die Hölle. Bei Burnings wäre... In der Hölle gibt's aber eigentlich auch nichts, ne? Ohne Spaß. Holy shit. Ich muss grad durch die Hölle skillen. Oh, die Skills. Ich will natürlich nicht in die Hölle rein. Sondern hier irgendwie so rumharzen. Wollen wir dann gleich nochmal ne neue Map erstellen oder sowas? Weil ich nehm eine Hoffnung, dass er... Ja, die ist echt mega scheiße. Ja, das können wir machen, wenn du willst. Ja, irgendwie schon, ne? Weil, guck mal. Ja, hast du ja nichts. Einfach nichts. Ja, das ist wirklich so. So, jetzt geh ich nochmal kurz in den Dschungel und gucken, ob ich da noch was reißen kann. Ein paar Schließmuskeln. Scheiße. Boah, ich hab schon keine Lust auf Morgenschule, Alter. Oh ja. Scheiße, ich kann mich selten daran erinnern. Mehr Lust gehabt zu einem Arm als auf morgen, ey. Das ist einfach so ein Madenschimmel, ey. Madenschimmel. Madenschimmel, was? Was meinst du mit Madenschimmel? Hä? Was meinst du mit Madenschimmel? Ja, da hab ich einfach gar keinen Bock drauf. Ach, Madenschimmel. Bin auf Schule morgen. Achso, kann ich nachvollziehen. Nicht. Bin auf einmal die fucking Hellbats wieder mega stark. Dann springt der Typ so weit, ey, da. Oh, Spaß, ja. Springe ich ja weiter, Mann. Ich nehme ein bisschen Crank'n Stuff mit, ne? Von der Hölle. Ja, natürlich. Wie das? Also was, was, was gibt's in der Hölle, was du mitnehmen kannst? Hast du noch nicht die neuen Höllen-Türme, Türme gesehen? Nein. Ja, da gibt's jetzt so Sitze und so'n Scheiß. Banner. Sitze. Und Gemälde. Ich lasse alles mitgehen. Mach das. Okay. Tindor brauch ich auch nicht. Oh ja. Oh fucking hell. I'm ssssssssss. Where's the fucking H key? Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Der hatte schon so ne Puppe, weißt du. Oh, und dann hab ich dreimal daneben geklickt. Ach, gut. Gut, dass wir einen 500er Ping haben. Ja, ist mir doch egal, was wir für einen Ping haben. Ich setze jetzt das... Wo, ich geh jetzt, geh jetzt, geh ich jetzt Bienenfarm. Junge, das geht voll nach hinten los. Alter, die sind mega hart. Ja, hart. Die drücken jetzt rein. Oh, ich hab ne Hook im Invertar. Echt? Ja. Ich lösche die mal. Wovon? Weiß ich nicht. Irgendwann mal kommen. Aber ich hab ja, weil ich mal ne Edelhook gemacht hab, noch ne zweite Hook im Invertar die ganze Zeit. So gut. Gut, dass du mir davon erzählt hast. Ja. Oh fuck. Maneater? Oh. Alter, hier sind Live-Crystals. Ja, dann musst du mir ein paar mitbringen, ne? Vergiss es. Ja, dann winkt dir doch keiner Hook. Ja, warte. Vielleicht find ich ja hier noch was. Oh fuck. Fuck. Was ist das? Ja, bitte. Bitte, 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 bitte nicht sterben. Was ist denn das, ein Chest? Ja, aber irgendwie so ne komische Chest. Naja, die sehen jetzt teilweise anders aus. Fuck, fuck! Alter, wie die Hornets reinhauen. Alter, hab ich denn nix zum Fressen. Ich hab bestimmt noch irgendwelche Pilze oder so. Noch nicht mal Pilze. Das hieft, Digga. Denk ich mir auch jeden Tag. So. Oh, scheiße. So. Die Kiste ist mein, Junge. Alter, voll die geile Musik hier. Jetzt geht die Laune auf einmal wieder nach. Pyro Claws. Schade, ich dachte, jetzt saß das irgendwie so. Magic Marrow oder so. Scheiße. Ivy Chest. Geil. Läuft, Digga. Ne, mit. Mach ich. Oh, nein, nein. Nicht gut, nicht gut. Au. Wie komm ich denn jetzt noch da unten? Ich bin nur noch da unten. Da ist aber ne Scheiß Hornets. Die hauen hart rein. Die Hornets. Jo. Go away. Leave me alone. Leave me fucking alone. Lead or. Oh, lead or. Ja, und jetzt. Nichts. Ja, wie auch immer da diese Scheißbrücke hier mit Slimes gemacht hat. Na, jetzt spawnen da mal Slimes, Alter. Das macht mich gar nicht happy. Gut zu wissen, dass es da drunter gewesen wäre. Oh, ja. Ich bin der Hölle, jo. So. So gut wie. Alter, ich bin hier gerade richtig tief gefallen. Alter. Ah. Oh fuck. Diese, diese Dschungel Slimes, die ich ja immer mega hart. dann lass mich so einfach anlaufen ja klar okay augen zu und durch augen zu und durch war eine entscheidung augen zu ist immer schlecht ja hauptsache das ist ein nieder ich höre dich ja ist ja krass nein bitte nicht deep skills junge sagst du deep skills ich höre dich gar nicht ich höre nur so mega viele piecher verrecken das kann ja schlecht ich sein holly shit alter alter bleib locker dieser scheiß warm aus der hölle ja die sind nicht so stark ja ja aber alter auf einmal wupp 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 und dann mega das fette ding direkt einfach direkt einfach nein 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 bilder bieter du hast ein scheiß gemälde gekauft nein das ist das was ich aus der hölle mitgebracht ach so geil ich kann die kackesbauer machen wenn du mal nicht weiter weißt ne denk einfach denk einfach denk an sie und du fühlst dich gut da fühlst du dich noch scheißer scheißer ja vor allen dingen scheißer da fühlst du dich noch scheißer peter kennst du scheißer nicht oder was wo sind meine dschungelspores ich habe das dschungelspores eingesammelt ah die habe ich eben mitgenommen ja nein das kann ja gar nicht sein die behält mir noch im inventar naja ich habe ja so ein automatisches chest chesting aktiviert ach das ist automatisch in den chest getestet das wort gibt es gar nicht ach komm schon ich bin vor der schiff vom ganzen rumbrüllen wie scheiße das spiel ist das fehlen das wir brauchen keine wie fit wir brauchen einfach nur terraria das hält uns fit wie mehr wie mehr fit vor allem die lunge alter vor allen dingen was die lunge die lunge ach so ja bis wir dann irgendwie fünf minuten irgendwann am stück brüllen können es ist dann sehr trainiert machen wir dann jedem metaller jeden 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 sonntag ist brülltraining angesagt zwei stunden terraria spielen ganz ehrlich das war eine persönliche frage an die entwickler wie kann man nur so scheiße sein echt so ihr wisst schon dass das ironisch ist jetzt bevor uns hier irgendwelche leute ankommen das ist das irgendwie sind nein nein Peter 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 jetzt darf ich diesen scheiß weg 2000 fucking blöcke wieder zu dir laufen man läuft da drei minuten drüber um dann an fallschaden zu verrecken er läuft bei dir ich dachte nur samuele und stinken bei mir gerade am start man bei dir klappt das auch ohne bei dir klappt das auch ohne das ist das schlimmste so genau wollten was nicht wissen so genau wollten was nicht wissen du soll ich auch mal wachen bin ich eigentlich schon am zweiten baum vorbei nein natürlich nicht wie lange laufe ich jetzt schon was meinst du drei minuten dreieinhalb ja ne ja vor allem wenn man so lahm ist wollen wir gleich mal wirklich eine neue welt anfangen also nur eine andere welt gehen um zu meinen weil und ich hier in der welt weitermachen also wenn wir nachher wissen stärker sind ja wieso die welt ist doch voll sief man man muss nur 3000 blöcke gehen und dann ist man schon im geilen jungle ja ist doch nichts ich mein wir haben ja zeit ich mein wir stehen ja auch um um vier uhr auf um das update um sechs uhr runter zu laden ja das konnten wir ja nicht wissen ja das kann man natürlich nicht wissen ja das kann man natürlich nicht wissen wenn das erst um ein uhr morgens postet da waren wir noch im siefen schlaf also ja ja noch im siefen schlaf boooo oh ja ey Mann oh oh ja ich laufe drei fucking minuten rüber um mir einen scheiß liveesp周 abzubauen Und dann ist da so eine scheiß Biene und macht einmal Pionge. Ja, ich schieße dich ab. Ja, und damit du runterfällst. Und damit du den scheiß Live-Küssel noch nichtmals bekommst. Weil er nicht abgebaut werden wollte. Weil dieser verdammte Server so leck. Oh, zur Beruhigung gucke ich mir nochmal unsere Peng an. Hm, unter 500. 300. Oh, was denn super. Boah, guter 300er am Start, würde ich mal sagen. Ich habe ja immer Connection-Timeout. Bei mir. Die, weiter. Aber auch nur bei dir. Oh, scheiß, bin so gefickt gerade. Ja, stimmt. Junge, ich fall gerade übelst tief runter in so ein schwarzes Loch. Sieh noch unten so 10 Snatcher auf mich gucken. Natürlich leicht hyperbilliert. Und dann denke ich nur so siehf, Digga. Nehm meine extra-longen Premium-Hook. Und grabst du nach o- Ah. Ne. Ne, 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 ne. Ich sterbe jetzt nicht an dem Ding. Okay. Grabst du extra-longen nach oben. Und hab das dann überlebt. Ich bin so am Arsch. Das am Arsch hat sich schon echt am Arsch angehört, Mann. Ich bin einfach nur meine Light-Discs. Meine gecheateten Light-Discs. Light. Ich kann auch nicht mehr reden, Freunde. So, so hart nimmt mich dieses Spiel emotional mit. Freunde der guten Unterhaltung. Weißt du, du leidest mit dem Spiel und du freust dich mit dem Spiel. Weißt du, das Spiel ist wie dein Hund. Irgendwann willst du ihn einfach braten. Ohne Chest. Ohne Chest. Nichts tierfeindlich. Nein. Nein, 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 nein. Ne, ich mag Runde, aber ich mag Katzen lieber. Yes! Wieder die scheiß Madenrot da! Was hast du? Ja, die scheiß Madenrot. mit der man Kackgammelgrasblöcke machen kann. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Zombie? Helbert? Jungle-Salt. Ich wollte gerade sagen, was laberst du von Helbert, Alter? Du bist über mir. Warum... Oh, drei Bienen, drei Bienen, drei Bienen! Nein! Baby! So, mir reicht's. Ich gehe jetzt in meine eigene Welt, wenn der Peter keine neue erstellen will. Hey. So schlimm ist sie jetzt auch nicht, Daniel. Boah, ich gehe jetzt hier in irgendeine, meine eigene Welt und gehe da selbst vor allem hier. Mir reicht's. Offscreen. Das kommt ja bestimmt mit dem Hardmode-Character wieder, passt mal auf, Jungs. Nein. Ich habe mir eben sogar noch eine extra neue erstellt. Extra eine neue. Ja. Das war also alles schon ein Schauspiel. In dieser Welt gibt's sogar die anderen. Jetzt ertrink ich hier. Richtig. Ah, ich kann ja Magic-Memo machen. Crafting. Ja, ja, warte mal. Das ist denn nicht mehr feierlich hier. Ja, irgendwann schlägt's neun. Dann schlägt's zehn und dann schlägt's zwölf. Bei mir hat's eben schon zwölf geschlagen. Ja, in meinem Leben gibt's keine elf. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Tja, vielleicht bist du auch einfach nur behindert. Dann hätte ich mal's pissen. Dann geht er auf der verdammte Madenklo und... Und... Und ram dein Schwanz in die Schüssel und drück ihn aus! Sounds like a great idea to me. Boah, du stirbst jetzt. Du... tot. Ich sag dir eins, bitte. Oh, die Skills! Ich bin fertig, Daniel. Du kannst dein Eins sagen. Was ist das für... Ja, du wolltest irgendwas sagen. Du wolltest mir eins sagen, Daniel. Sag mir eins, bitte. Seh, die Sachen durch ein positives Auge. Und, 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 und die Welt, die Welt wird sich bei dir bedanken. Deine Mann wird sich bei mir bedanken. Spinnenweben, ey, die können auch mal verweck gehen hier. Das Feeling. Wir sind gar nicht so unterpowered, man. Wir chillen die ganze Zeit im Dschungel drum. Ja, ich chill die ganze Zeit hier in meiner eigenen Welt. Ich würde mal sagen, Gold, oh. Oh? Oh, ich hab auch eine. Gold, Big X. Boah, hab ich jetzt daran gestorben, ne? Du, dann hätt's aber zwölf geschlagen, du. Jetzt, jetzt bekomm ich hier in dieser fucking Welt Iron. Weißt du, weißt du, die haben das. In einer Welt sieht dann die Corruption total anders aus. Und, und das, und... Nein, oh, scheiße. Nein. Oh, scheiße. Scheiße, das war gut, Mann. Danke. Alles ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Daniel, die Scheiß bruchtel, meinte ich nicht. Hey, Peter. Das war aber gemein, Peter. Oh, Daniel, bitte. Bitte, Daniel, spiel jetzt nicht die... ...gekränkte Leberwurst. Leberwurst. Was ist mit Leberwurst? Amethyst. Jo, läuft bei mir, würde ich sagen, ne? Was hast du denn? Welchen krassen Scheiß hab ich am Start? 45 Pickaxe Power, 55 Pickaxe Power. Lohnt, Digga! Sief! Digga. Boah, dieses... Was ist das? Oh! Ich hab ein krasses Item und ich hab keine Ahnung, woher. Ich hab ein Superior Chain Knife. Der Melting Pot, weißt du das noch, du? Das war ne Scheiße, Mann. Englisch? Ja. Boah, ich hab das so gehasst, ne? Ich war da so aggressiv, als ich das gehört hab. Das hat mich richtig arg! Boah, zuerst lauf ich da in eine Falle rein, weißt du? Dann lauf ich da wieder zurück und lauf da nochmal rein. Ist ja echt lustig. Äh, ich weiß. Willst du mich verarschen. Jetzt ist da so ein mega, mega der hohe Sand, äh, Sandberg und ich muss mich da durchgraben. Darf ich den ganz, erstmal ganz abbauen? Oder gibt's da irgendwie einen Trick? Kannst du drüber laufen, du Spackel. Nein, so ein richtiger, hoher Sandturm. Ich muss jetzt irgendwas mit meinem Chain Knife kaputt machen. Ich suche jetzt noch einen Gegner. Dann dir ist es jetzt aber echt unprofessionell, dass du nicht auf dem Server bist, das weißt du von dir, ne? Ich, ich, ich raste sonst aus, tut mir leid. Wegen den Legs oder wegen der Map? Wegen den Legs. Was sagst du? Ja, Mann. Ich hoste den Server einfach gleich, weißt du? Schickst du mir Welt, schickst du mir Welt, schickst du mir Welt, schickst du mir Welt und alles cool, ja? Schickst du mir Welt und alles. Nein, man muss keine Einfahrteile mehr. Okay, kann man machen. Bis zum nächsten Mal. Äh, nein! Scheiße, Mann, ich hab die Kiste gesehen! Und, äh, tschüss. Ja, tschüss. So, Daniel, Mann, wir hatten nur Pech mit unserer Welt. Join. Ja, ich bin hier gerade in der Eis-Teile und jetzt habe ich hier eine Eis-Chest gefunden. Violent Flurry Boots. What? Das ist das, das ist sowas wie... Hm, das ist sowas wie Hörlau-Boots. Aber ich weiß nicht, was an dir besser ist. Ich kann beides rein. Ich kann beides rein. Da müsstest du ultraschnell sein, oder? Warte, warte. Ich muss gleich mal gucken, wenn ich gleich schnell laufe. Warte mal. Ja, sieh ich dir. Du musst deine Firewall ausmachen. Hä? Die... Ja, okay, warte, ich guck nochmal nach. Ja, ich weiß ja nicht, aber ich hab eigentlich zu groß Zuladen. Aber wahrscheinlich spackt er dann wieder rum. So, wuuuuh! End, betrachten wir so lange das äußerst schicke Menü. Bis auf dem Server bin, mach ich nochmal kurz ein Gott. hab ich halt habe